Herzlich Willkommen zurück zu einem weiteren Part des Let's Plays The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind in einer Höhle stehen geblieben. Die hat den halben Köcher abbekommen. Ui. Das ist auf jeden Fall... Der ist... Da hat irgendwie... Ja. Das Ende auf jeden Fall gesehen. Und zwar durch Löchert. Wir sind in einer Höhle... Ja, wie soll ich sagen? Ein Eisriese hat Leute verfolgt durch die Höhle und wir sind ihnen allen auf der Spur. So. Dann hätten wir das auch richtig ausgedeutscht. Mein Deutsch. Und du, was machst du? Hä? Was? Du hängst in der Luft. Nicht dein Ernst. Oh. Leere Flasche. Das ist das. Henkerstiefel? Nö. Fell eines weißen Wolves. Okay. Kavalierhose? Nö. Das kann ich alles nicht gebrauchen. Allerdings geht es jetzt dem Ausweg zu. Sind nur noch diese paar. Das weiß ich gerade. Wie gesagt, ein paar Ausschnitte weiß ich noch. So. Explodier doch bei deinen anderen Kollegen hier. Hey, kannst du nicht einfach explodieren? Autsch. Nicht so zwar, aber ey. Kannst du dich jetzt... Wunderbar. Kann ich jetzt heilen? Wenn, würde ich dann gerne Mittag machen. Ups. Ich weiß, dass Katze jetzt nicht mehr werkt. Aber brauchen wir Katze noch? Zweigeteilt. Puh. In Zweigeteilt sogar. Jetzt wird es langsam brutal hier. Hi. Schmiede des Clans Thor-da-Roch. Hier. Direkt ein Ding. Hier müssen wir auch noch rein. Denn... Das ist ein anderer Abschnitt der Höhle. Denn wir brauchen. Meisterlicher Rüstung, Schmied. Genau. Ihr habt es erfasst. Oh ja. Hi. Hi, Trolli. Wir haben vorhin schon ein paar von deiner Sorte in die Tonne getreten. Also du bist eigentlich ein Witz. Und ich weiß zwar nicht, dass mein Kollege macht, aber er feiert mich sicher an. Oh ja. Sag nichts. Das ist die legendäre Schmiede. Er ist klassische Schmiede-Werkzeug. Das ist es. Und Date Van. Oh ja. Quest. Nee. Hier. Ähm. Date Van. Der Bezwinger. Kritischer Trefferbonus. 83. WTF. Aber schon alleine, dass es so ist, muss ich es wegschmeißen. Tut mir leid. Hm. Ich bin nun mal so. Jetzt müssen wir nochmal nach Runovigrad. Irgendein Mal. Aber erst später. Ah, wo geht's denn hier lang? Kuckuck. Hi. Aha. Wo sind wir denn hier? Bitte mal Kade auf, Scotty. Aha. Aha. Durch den Berg hier durch, oder wie? Ach so. Da macht man nur so einen Kehr. Na dann. Wären wir hier auch durch. Allerdings gefällt mir jetzt eine Sache nicht. Ähm. Habe ich was zum. Ja. Nee. Jopp. Einer sollte reichen. Da mein Schwert sonst ein bisschen zu demoliert ist. Das kann ich gar nicht gebrauchen. Abgeschlossen. Hä? Und von hier. Ah. Wunderbar. Aua. Alle aufgehängt, oder was? Hm. Bleib bei mir. Das könnte sonst gefährlich sein. Ah. Langschwert. Kann ich von hier innen aufmachen? Nein. Ich helfe dir. Keine Sorge. Allerdings wird es jetzt ein bisschen kreddelig. Falls wir nämlich auf die Fresse kriegen. Nein. Ich kann nicht mehr speichern. Zur Hölle. Komm. Das muss gehen. Autsch. Autsch. Ich kriege so lange ich es abkriege. Zum Glück bin ich so stark, Leute. Weil. Selbst auf einfach bin ich hier schon draufgegangen, Leute. Selbst auf einfach. So muss das. Zeig mir die Vorratskammer, dann zeige ich dir die Mäuse. Das war auf jeden Fall eine Scheiße. Denn ich habe schon einen Kollegen von mir abkratzen sehen hier. So wie ich beim ersten Mal, als ich das gesehen habe. Weil, als mein Kollege das hier gespielt hat, ja, war ich da hier dabei. Ich sagte ja, einzelne Stellen habe ich mitbekommen. Oh Mann. Und er zeigt mir eben auch, also er hat mir auch gezeigt, welche die schwierigsten Punkte sind. Und wo ich denn am besten, ja, reinhauen sollte. Nicht mit Wasser, hat er einfach nur gesagt, du solltest dich ein bisschen drauf konzentrieren, eben. Noch eine Spur. Jo. Auf jeden Fall. Das so zu machen, dass ich stark genug sein werde. Der Riese muss hier oft entlang gegangen sein. Auf jeden Fall. Denke ich mir. Ist der einzige Weg zur Zeit. Und auch seine Quadratlatschen. Lass nur diesen einen, nur eine dieser Tatsachen zu. So. Yeah. Mann, heute verspreche ich mich ab und zu immer wieder. Hä? Links? Dann gehen wir natürlich hier durch. Zuerst. Machen wir doch glatt. Okay. Wo führt uns denn das hin hier? Geht ja ziemlich lange der Weg. Weißt du was? Ich renne hier einfach mal den Weg entlang. Kann ja nicht schaden. Hä? Kann man jetzt hier durch? Nup. Seht ihr alles zu? Überall ist alles zu. Was will ich denn hier machen? Soll ich Ferien hier machen oder was? Ah ja, guckt. Ruin von Dorb. Wir machen... Hä? Warte, uno momenti. Uno momenti. Das Horn. Tschüss. Hi. Brauchst du noch mal? Ich blase in mein Horn. Das klingt jetzt zwar so falsch. Aber es reicht. Mit dem Horn ist es ja schon fast Kinderkacke. Tele. Vorla. Ich dachte du wärst tot. Was ist passiert? Wo warst du? Du hättest auf mich hören und Egna nicht mitnehmen sollen. Aber du hörst ja auf niemanden. Weißt du was er getan hat? Hat er das Horn-Wahlhorn gestohlen und die Mannschaft in Gefahr gebracht. Bin ihm gefolgt. Alleine? Du hättest mich wecken sollen. Ich hätte auf dich gehört, aber stattdessen... Warte. Vielen Dank, Geralt von Riva. Ich werde nie vergessen, dass du mir geholfen hast. Hm. Du kennst mich? Du kennst mich? Unsere Wagen singen Balladen über dich. Und mein Vater hat mir von deinen Abenteuern erzählt, als ich klein war. Ich erinnere mich gut. Man muss kein Hexer sein, um ein Held zu sein. Kaltes Wasser und eine salzige Brise sind der Zaubertrank der jungen Skelliger. Die Ballade vom Hexer und der Zauberin? Das bist du? Ja. Ja. Wo ist der Rest deiner Mannschaft? Wir haben uns durch einen Schwarm Sirenen bisher durchgekämpft. Nach dem Kampf war nur noch eine Handvoll übrig. Jetzt sind wir nur noch drei. Die Sirenen haben Leif übel zugerichtet. Wir sollten uns um seine Wunden kümmern. Er ist tot. Was? Nein, der ist nur ohnmächtig. Hat nur etwas Blut verloren. Er ist tot. Ja. So ziemlich. Der rührt keinen Finger mehr. Er hat geschworen, seine Klinge ins Herz des Riesen zu stoßen. Bei den Knochen seiner Vorfahren. Man kann nicht alles halten. Er ist in Ehre gestorben. Was heißt es bis zum Ende? Man erledigt die Sache oder man stirbt dabei. Komm mit, Geralt. Was? Gehen wir zusammen auf die Jagd? Ist es dein Ernst? Yalma? Beeilung. Kein herumgetrödelt. Du kannst es ja gar nicht mehr erwarten. Wo ist es eigentlich? Wenn ich schon gerade hier bin. Wo ist es zur Hölle? Ah, wir sind jetzt hier hoch. Nicht mal schlecht. Wer das auch wieder bewohnt hat, ist riesig. Na, wundervoll. Und wie habt ihr schon einen Plan, wie wir den Riesen irgendwie besiegen? Ich glaube, selbst für mich wird er ein bisschen Hardcore. Ich weiß es ja nicht. Ich bin ja ein paar Level drüber als bei meinem Run. Das ist eine Illusion, oder nicht? Oder kommen wir da nicht rein? Gerald, hilf mir, das zu zerstören. So kommen wir sicher zur Höhle des Riesen. Handarbeit noch? Ja, nee, ist klar. Ich gebe dir Deckung. Ich postiere mich so, dass ich den Riesen im Blick habe. Guter Junge. Ganz was anderes sollte ich nicht hören. Ich brauche keine Lulatsche, die im Weg stehen. Ganz herrlich. Es wird kälter. Kann nicht mehr weit sein. Oh ja. Hallo? Vorsichtig. Ein falscher Schritt und er ist wach. Hey, schnell! Lass mich raus, bevor er aufwacht. Der Schlüssel müsste hier irgendwo sein. Warte. Weißt du, wie Vigi noch genannt wird? Der Spinner. Und das aus gutem Grund. Am besten bleibt er da drin, bis wir mit dem Riesen fertig sind. Was? Bist du jetzt völlig verrückt an Greg? Ich dachte, er wäre dein Kamerad. Das ist er. Deshalb weiß ich auch, was er tun wird. Hm. Aber ich bin einfach so... Wir sollten ihn befreien. Der Riese ist groß und gefährlich. Wir könnten eine Extraklinge gut gebrauchen. Auch wenn sie von einem Verrückten geschwungen... Ja. Das hab ich gehört an Greg. Das ist sofort raus. Warte hier. Ich suche den Schlüssel. Hui. Aber ich würde sagen, das machen wir erst im nächsten Part. Ich suche ihn ein bisschen offscreen, weil ich hab da so eine knifflige Scheiße hier am dampfen. Wenn ich zu nahe gehe, wacht der Gringo hier auf. Gehe ich zu... Ich weiß nicht, ob ich zurück kann, aber ey. Mal gucken, vielleicht sehe ich ihn von mir. Nö. Irgendwie nicht. Mami. Ich möchte mich zu dem. Wenn der aufwacht. Ja. Gut. Aber ich werde hier abspeichern zur Not. Eben. Dann kann ich immer wieder neu laden. Und wir sehen uns im nächsten Part. Wenn es dann wieder heißt. The Witcher 3. White Hunt. Beim Eisriesen. Tödelö.